ein uhrwerk funktioniert in dem es je nach schwingungsfrequenz etwa 500.000 bis 700.000 mal vollgas gibt und eine vollbremsung macht das ganze pro tag das entspricht ungefähr zweieinhalb millionen bis dreieinhalb millionen vollgas vollbremsung wechseln in der woche echt jetzt und was hat das mit diamant paletten zu tun bleibt dran dann zeige ich's euch hallo und willkommen bei watchmax des uhrenvideos mein name ist axel und ich freue mich dass du heute reingeklickt hast ja wie komme ich jetzt auf 500 bis 700.000 start und stopp vorgänge beziehungsweise zweieinhalb bis dreieinhalb mal millionen mal in der woche das ist relativ simpel man nimmt einfach die anzahl der sekunden pro tag das ist 24 stunden mal 60 minuten mal 60 sekunden das ist irgendwas weit über 80.000 sekunden am tag ich habe es jetzt nicht ganz genau im kopf aber die zahl stimmt so ungefähr 84 oder 86.000 sekunden am tag ich blende es euch ein nein da 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 blende ich es euch ein da könnt ihr die rechnung genau nachvollziehen und jetzt macht der sekundenzeiger war nicht nur einen schritt pro sekunde sondern je nach schwingungsfrequenz macht er bei den üblichen werken sechs bis acht schritte pro sekunde das heißt pro sekunde sechs bis acht mal vollgas vollbremsung vollgas vollbremsung ticktack 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 das ist jedes mal die voll kraft die volle kraft der feder die sich entspannen möchte und der volle stopp des gesamten räderwerks über das ankerwerk wie kommt es dazu wir müssen uns vorstellen dass ein uhrwerk ein mechanisches getriebe ist was auch durch eine mechanik angetrieben wird und das geschieht dadurch dass eine stahlfeder aufgezogen wird würde man dem uhrwerk erlauben dass sich diese stahlfeder ungehemmt wieder entspannt dann würde der stundenzeiger innerhalb von sekunden etwa 36 volle umdrehungen machen je nach gangreserve vielleicht ein paar stunden mehr ein paar stunden weniger sagen wir mal ungefähr 36 mal das entspricht anderthalb tagen es würde innerhalb von weniger sekunden geschehen aber das ist ja nicht das was wir wollen wir wollen dass die uhr über einen langen zeitraum eben diese 36 stunden die zeit mehr oder weniger genau angezeigt und das kann nur passieren indem die feder sich eben nicht ungehemmt entspannt deshalb gibt es im uhrwerk eben eine hemmung und die hemmung besteht ganz grob aus der unruhe und dem anker und dem ankerrad das ganze ist über eine verkettung von zahnrädern verbunden und wo immer man ein zahnrad anhält steht das ganze zahnwerksgetriebe und genau das passiert in der hemmungsgruppe genau genommen im ankerrad und dem anker hierzu möchte ich euch einmal ein paar bilder zeigen ihr seht hier vier einzelne bilder und zwar ist das das ankerrad das hier ist der anker sieht auch in etwa aus wie ein anker und unten im querbalken des ankers stehen zwei so kleine stifte raus und diese stifte diese balken hier das sind die sogenannten paletten und damit nähern wir uns auch schon den begriff diamant paletten aber dazu komme ich noch ihr könnt hier sehen dass diese paletten wechselweise in das ankerrad eingreifen im ersten teil ist es die linke palette die das rad zum stillstand bringt in dem nächsten bild seht ihr dass das ankerrad weiter rutschen kann und zwar genau so lange bis die rechte palette eingreift und das rad wieder zum stillstand bringt im nächsten bild seht ihr dass das rad wieder weiter rutscht in jeder bewegungsphase könnt ihr sehen dass die abgeschrägten spitzen des ankerrades über die leicht abgeschrägten enden der paletten rutschen und hier ein entsprechend hoher verschleiß entstehen kann beziehungsweise sogar muss wenn die komponenten nicht richtig aufeinander abgestimmt sind ja früher hat man diese abstimmung gemacht indem man diese teile geölt hat und das ist auch heute eigentlich noch der standard durch das ölen wird die reibung reduziert durch die reibung der verschleiß und die teile halten länger sinn hat sich da etwas anderes überlegt und hat im ursprung ach nein lassen wir doch einfach mal auf die sin homepage gucken und sagen was sind selber dazu sagt so ich gehe jetzt hier auf die sin homepage dort gehe ich in den bereich sin technologien wir sehen könnt ist die diapal technologie erstmals eingesetzt worden im jahre 2001 in einer finanzplatz uhr in weißgold und das kernelement ist die schmierstoff freie ankerhemmung wie ich einem video über die ar trocken haltetechnik schon gesagt habe ist die alterung der öle in der uhr neben der ständigen bewegung ein kriterium für einen verschleiß beziehungsweise auch erhöhten verschleiß daher war die idee von sinn die verschleiß komponente der ankerhemmung zu reduzieren und zwar nicht in dem das öl verbessert wird sondern in dem das öl überflüssig gemacht wurde gemacht wurde das in dem die bis dahin übliche rubin palette durch eine diamant palette ersetzt wurde mittlerweile geht sinn dazu über hier mit einer nano beschichtung zu arbeiten die wahrscheinlich günstiger und mindestens ebenso effizient ist und auch in anderen technologien eingesetzt wird schauen wir uns das ganze einmal an was das bedeutet die rote kurve zeigt an wie eine hemmung ohne schmierung funktioniert ihr könnt sehen dass in geschätzt drei bis vier monaten diese hemmung nicht mehr funktioniert keinen ausschlag mehr hat und dementsprechend die uhr einen service braucht bei einer geölten hemmung zeigt sinn an dass diese am anfang ungefähr ein dreiviertel jahre fast zwei jahre geringfügig besser funktioniert als die schmierstoff freie hemmung allerdings ab dem dritten jahr lässt die leistung einer geölten hemmung im vergleich zu der diapal schmierstoff freien hemmung nach im vierten jahr ist der unterschied schon sehr deutlich im fünften jahr hier sind wir in dem bereich wo ungefähr die service unterwahl normalerweise empfohlen werden ist der unterschied noch größer und danach sieht man einen immer stärkeren abfall während die schmierstoff freie hemmung nahezu durchbleibend gleiche leistung bringt dem trägt sinn auch rechnung indem sie auf die diapal uhren nicht zwei oder drei sondern fünf jahre garantie geben ich halte das für eine wirklich sinnvolle technologie ich glaube auch dass hier ein wirklicher mehrwert geliefert wird was die uhren betrifft allerdings muss ich ein klein wenig kritisch anmerken dass der aufpreis für die diapal technologie schon wirklich nicht unerheblich ist und sich je nach uhr im oberen dreistelligen bis teilweise auch vierstelligen bereich bewegt und das ganze um das service intervall zwei drei vielleicht vier jahre zu verlängern und eine verlängerte garantie zu bekommen auf lange zeit gerechnet lohnt sich wahrscheinlich die investition zum zeitpunkt des kaufes tut der mehrwert tut der mehrpreis glaube ich richtig weh aber man hat dafür eine technologie die in meinen augen wirklich sinnvoll ist und auch der uhr und dem geringeren verschleiß der uhr zuträglich ist ja in diesem sinne euer watchmax